Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Thema des heutigen Videos ist das Samsung Galaxy Tab S7 FE, das ich jetzt ungefähr vier Wochen getestet habe. Dabei handelt es sich um ein ziemlich großes, 12,4 Zoll großes Android-Tablet, bei dem ein Stift mitgeliefert wird. Und es richtet sich meiner Meinung nach vor allem an Leute, die es, ich sag mal zum Beispiel in der Schule oder in der Uni nutzen, beziehungsweise generell an Leute, die es mit dem Stift nutzen und für die kleine Menge an Leuten, die auch für privat ein ziemlich großes Tablet haben möchten. Die Punkte, auf die ich in diesem Video eingehe, verlinke ich euch selbstverständlich unten via Timestamps. So könnt ihr direkt dahin springen, zu dem, was euch eben interessiert an dem Tablet. Viel Spaß beim Video! Erstes Thema in diesem Video ist die Größe, das Gewicht und die Verarbeitung des Tablets. Wie schon erwähnt, hat es sich hierbei um ein ziemlich großes 12,4 Zoll Tablet. Es wiegt laut Samsung 608 Gramm, ist dementsprechend schon relativ schwer in der Hand, aber es ist trotzdem noch gut benutzbar. Generell habe ich den Eindruck, dass das Tablet ziemlich gut verarbeitet ist. Wir haben einen schönen Aluminiumrahmen, gute Druckpunkte bei den Tasten. Also im Großen und Ganzen kann man definitiv sagen, dass die Verarbeitung bei dem Gerät sehr gelungen ist und sich auch nicht vor der Oberklasse verstecken muss, meiner Meinung nach. Wenn wir uns den Rand des Tablets genauer anschauen, sehen wir, wenn wir es aufrechthalten, an der rechten Seite den Powerbutton, die lauter Leiser-Tasten. Und an dieser Seite findet man auch den Einschub für die MicroSD-Karte, beziehungsweise für die SIM-Karte, solltet ihr die LTE-Version haben. An der Oberseite, beziehungsweise an der Unterseite, finden wir dann auch schon die beiden Stereo-Lautsprecher. Außerdem an der Unterseite finden wir einen USB-C 3.2-Port für schnelle Datenübertragung. Und wenn wir uns dann die linke Seite anschauen, dann ist da noch ein magnetischer Docking-Anschluss, an dem wir zum Beispiel die Samsung-eigene Tastatur anschließen können. Der Grund, wieso sich viele von euch vermutlich für das Tab S7 FE interessieren, ist auch gleichzeitig der Grund, wieso es sich von der Konkurrenz abhebt. Und zwar das Display. Das ist mit 12,4 Zoll ziemlich groß und zwar nochmal 2 Zoll größer als zum Beispiel das Samsung Galaxy Tab S6 Lite, das ich bisher im Alltag genutzt habe. Außerdem hat es eine sehr hohe Auflösung von 1600 Pixeln an der schmalen Kante und circa 2500-2560 Pixeln an der langen Kante. Auf gut Deutsch, es ist gestochen scharftes Display. Es handelt sich hierbei leider nicht um ein OLED-Panel, sondern um ein LCD-Panel. Dementsprechend ist der Schwarzwert nicht perfekt. Im Großen und Ganzen würde ich aber sagen, kann es sich durchaus sehen lassen. Es hat angenehme Kontraste. Und in meinem Unboxing habe ich von einem Farbstich geredet, da muss ich allerdings inzwischen sagen, ja, es ist nicht perfekt auf sRGB kalibriert, würde ich sagen. Aber, dass mir am Anfang der Gelb-Grün-Stich aufgefallen ist, lag nur daran, dass mein Tab S6 Lite einen rosa Stich im Display hat. Jedoch würde ich vielleicht zu einem OLED-Mutter greifen, wenn man öfters Bilder bearbeitet. Außerdem hat das Display 60 Hertz, dementsprechend kann es durchaus sein, dass man, wenn man schreibt, am öfters mal sieht, dass der Stift gefühlt ein bisschen nachhängt. Das ist soweit nicht weiter schlimm. Allerdings ist inzwischen der aktuelle Standortechnik ein 120 Hertz Display, also ein Display, das 120 Bilder pro Sekunde anzeigen kann. Und da tritt es halt eben nicht auf, dass man eben den Stift über das Display zieht und die Stifte erst danach kommen, sondern man kann quasi in Echtzeit darauf zeichnen. Ansonsten wird das Tablet ausreichend hell. Also ich finde, es wird für alle Anwendungsgebiete, die ich bisher hatte, sei es dann was Lesen im Wintergarten oder was Schreiben in der Uni ausreichend hell, dementsprechend kann ich hier auch ganz klar grünes Licht geben. Für die alle meistens neben dem großen Display noch was anderes wichtig, und zwar die Akkulaufzeit. Hier nehme ich schon mal vorweg, die Akkulaufzeit des Tab S7 FE ist hervorragend. Ich komme problemlos über den ganzen Unitag, eigentlich auch über zwei Unitage und auch vielleicht über drei, je nachdem wie voll sie sind und wie viel ich das Tablet verwende. Generell kann ich sagen, ich brauche ungefähr pro zwei Stunden Vorlesung 8%. Dabei habe ich das Display meistens so zwischen 30 und 40% Displayhelligkeit. Und dabei habe ich PDFs offen, habe Samsung Notes offen und schreibe auf dem Tablet. Aber dementsprechend überhaupt kein Thema. Wenn es wirklich mal viel Strom braucht, dann braucht es vielleicht 10% die Stunde, aber das ist eher weniger der Fall. In der Regel braucht man unter 10% die Stunde. Also dementsprechend sind Displaylaufzeit in der Uni von 12, 13, 14 Stunden problemlos drin. Außerdem ist die Standbyzeit des Tablets ziemlich gut. Man kann es einfach mal wirklich 3, 4, 5 Tage auf dem Nachttisch liegen lassen oder wo man es auch mehr liegen lässt, wenn man es nicht braucht. Das merkt man überhaupt nicht, dass da Akku verloren geht. Also kann ich dementsprechend sagen, Daumen hoch als Tablet für Schule und Uni. An der Akkukapazität sollte es auf jeden Fall nicht scheitern. Thema Performance bzw. Leistung. Im Samsung Galaxy Tab S7 FE ist ein Qualcomm Snapdragon 750G verbaut. Das G steht hierbei für Gaming. Und dieser Prozessor wird unterstützt von 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher. Im Wesentlichen kann man sagen, im Alltag ist er auf jeden Fall schnell genug. Nichts ruckelt, Apps öffnen, schnell, man hat keine langen Ladezeiten. Spiel habe ich mit dem Tablet kaum bis gar nicht getestet. Ich weiß, einfache Spiele wie Asphalt oder Clash of Clans, Heyday und sowas laufen auf dem Tablet problemlos. Aber für die, die es wirklich zum Spiel verwenden wollen, die müssen in einem anderen Video vorbeischauen. Das habe ich nicht getestet. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in der Uni sitzt und hat zum Beispiel im Splitscreen eine Zoom-Konferenz offen, auf der anderen Seite hat man eine PDF offen oder schreibt was in Samsung Notes. Das klappt problemlos, da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Natürlich kommt das Tab S7 FE nicht an die Oberklasse ran. Die sind einfach nochmal einen Ticken schneller. Aber ich sage mal, länger als 10 Sekunden habe ich bisher nie warten müssen, um eine PDF aus Notes in meine Cloud zu exportieren. Kurz noch zum Speicher. Standardmäßig wird das Tab S7 FE mit 64 GB internen Speicher ausgeliefert. Der ist allerdings nicht wie bei manch anderen Herstellern erweiterbar via MicroSD-Karte. Ich glaube, bis zu einem Terabyte MicroSD-Karte kann man theoretisch reinstecken. Ich selbst nutze eine 500 GB Speicherkarte und das ist überhaupt kein Problem und echt toll, dass Samsung uns diese Möglichkeit gibt. Nun kommen wir zum Thema Kamera. Generell haben wir zwei Kameras, eine Frontkamera und eine Hauptkamera. Wie viele Megapixel das jetzt genau sind, habe ich nicht nachgeschaut. Ist eigentlich auch egal. Im Großen und Ganzen kann man sagen, die Frontkamera, also die auf einen gerichtet ist, die ist gut genug für Videocalls. Sie sieht ordentlich aus, ist aber auch jetzt kein besonderes Highlight. Wenn wir uns dann die hintere Kamera anschauen, ist die gut genug, um zum Beispiel Scans und Fotos von Dingen zu machen, die man später zum Beispiel in PDFs einbindet, zum Beispiel in Samsung Notes. Ich selbst muss aber sagen, wer fotografiert schon mit einem 12,4 Zoll Tablet. Ich gehe trotzdem nochmal in den Park und blende euch anschließend ein paar kleine Bilder ein. Obwohl eigentlich kaum ein Mensch mit dem Tablet fotografiert, habe ich jedoch trotzdem einen wichtigen Kritikpunkt an der Kamera. Und zwar hat sie keinen Blitz. Und ich weiß nicht, wer das entschieden hat, aber in meinen Augen ist das eigentlich vollkommen Quatsch. Es ist egal, wie gut die Bilder sind, die das Tablet bei Nacht draußen machen kann. Was ich damit mache, ist Blätter abzufotografieren. Ich möchte aber eins gerne im PDF weiterverwenden. Und ohne Blitz ist das bei schlechten Lichtverhältnissen echt blöd. Das hätte man noch hinzufügen können, gerade da sich das Tablet eben an Leute richtet, die viel mit Dokumenten arbeiten, die mit dem Stift arbeiten, die irgendwas mit Dokumenten machen. Das würde ich mir bei einem Nachfolger definitiv wünschen. Kommen wir nun zum Thema Software. Wie am Anfang des Videos schon erwähnt, kommt das Tablet mit Android, genau mit Android 11. Und als Benutzeroberfläche gibt Samsung noch seine persönliche One UI dazu. Das erweitert das Android einfach noch ein paar zusätzliche Features. Auf die gehe ich später in dem Video ein. Das wirklich Interessante an der ganzen Geschichte sind eigentlich die Updates. Also wie lange bleibt das Gerät aktuell? Wie lange wird es mit neuen Features versorgt? Und wie lange gibt es Sicherheitsupdates? Generell konnte ich aus der Samsung-Seite entnehmen, dass Android 12 kommt. Das ist auf April 2022 geplant. Aber über spätere Android-Versionen habe ich nichts finden können. Da sind sie bei ihren Handys mit der Update-Politik transparenter. Generell garantiert Samsung jedoch laut ihrer eigenen Webseite 4 Jahre Sicherheitsupdates für die neuen Galaxy-Geräte. Also dementsprechend auch für das Tab S7 FE. Das ist soweit ganz gut. Die Sicherheitsupdates sind sowieso das Wichtigste. Und ich denke, wenn man das tablett auch länger als 4 Jahre zu nutzen, kann man das problemlos machen. Aber für diese 4 Jahre sind Sicherheitsupdates schon mal garantiert. Nun geht es um das Schreiben mit dem Stift auf dem Tablet. Wie anfangs schon erwähnt ist der S-Pen von Samsung, also der Stift zum Schreiben auf dem Tablet, bereits im Lieferumfang kostenlos enthalten. Der funktioniert auch ziemlich gut und ich bin sehr zufrieden vom Schreibgefühl, das der S-Pen beim Schreiben bietet. Man hat auch so eine kleine Taste, mit der man zum Beispiel, wenn man in Samsung Notes ist, die kann man drücken und dann fungiert der Stift als Radierer. Wenn man den Stift in die Nähe des Displays hält, aber nicht auf das Display, kann man außerdem so ein kleines Quick-Menü öffnen. Da kann man dann zum Beispiel unter anderem einen Screenshot aufnehmen. Mehr Features muss ich sagen, nutze ich allerdings vom Stift gar nicht. Außerdem mit an Bord ist eine Handballenerkennung, das heißt, wenn wir uns mit dem Stift und der Hand dem Tablet nähern, dann können wir die Hand einfach auflegen und schreiben. Die Hand wird dann soweit quasi einfach ausgeblendet und hinterlässt keine Spuren auf dem Display. Das funktioniert allerdings nicht in allen Apps, aber zum Beispiel in der App, die ich benutze, Samsung Notes, funktioniert das total problemlos. Kommen wir dann auch schon zu Samsung Notes. Ich habe euch da ein Video zu gemacht, in der ich ausführlich auf die App drauf eingehe, aber generell finde ich, wenn man mit einem Android-Tablet das für die Uni und für die Schule nutzen möchte, dann ist es die beste App, die ich zurzeit kenne und kann sie auch jedem ans Herz legen, sie mal auszuprobieren, denn sie ist auch kostenlos. Wenn wir zum Thema Schreiben kommen, habe ich allerdings auch ein Manko. Und zwar geht es um das Schreiben im Querformat. Also ich halte das Tablet im Querformat, sodass die Kamera oben ist und wenn ich dann am unteren Rand des Displays schreibe, dann ist ungefähr mittig ein Bereich, in dem einfach der Stift abdriftet. Das ist ungefähr vom Displayrand, sagen wir mal, 2 bis 2,5 cm weg und in diesem Bereich kann man einfach nicht vernünftig schreiben. Auf dem Rest des Displays, also ich sage mal auf 95% der Displayoberfläche, klappt das Schreiben hervorragend und präzise. Und ich habe mich auch diesbezüglich schon an Samsung gewandt, die haben gemeint, das kann man entweder auf Garantie tauschen lassen oder man lässt sich ein neues Gerät zuschicken. Ich habe die zweite Option gewählt und zwar, ich lasse mir einfach ein neues Gerät zuschicken und hoffe, dass dieser Fehler dann nicht mehr vorhanden ist. Ich denke aber trotzdem, dass es wichtig ist, das zu erwähnen und halte auch dementsprechend auf dem Laufenden, denn das wird für mich das Ausschlagkriterium sein, ob ich das Tablet dann im Endeffekt auch als Alltagsgerät behalte. Als nächstes rede ich noch kurz über die Lautsprecher. Die Lautsprecher vom Tab S7 FE sind wie beim Tab S6 Lite auch schon sehr gut. Ich würde beim Tab S7 FE sogar sagen hervorragend. Es sind bisher die besten Lautsprecher, die ich in einem Tablet gehört habe. Und die sind auch besser als die Lautsprecher, die in meinem Samsung Galaxy S10e sind. Das waren bisher die besten Smartphone-Lautsprecher, die ich gehört hatte und kann sagen, für Filme schauen, so Musik hören, ist das Tablet auf jeden Fall ziemlich gut geeignet. Aber auch beim Thema Sound muss ich erwähnen, dass das Tablet leider keinen Klinkenstecker hat und ich muss sagen, es gab schon eine Situation im Alltag. Da hatte ich noch Kopfhörer mit Klinkenstecker dabei, aber keine mit Bluetooth und da habe ich mich schon ziemlich geärgert, dass Samsung dieses Feature weggelassen hat. Schade. Neben den Dingen, die das Samsung Galaxy Tab S7 FE als Tablet sowieso schon kann, hat Samsung dem Tab S7 FE auch noch ein paar schöne Features mitgegeben, von denen ich euch mal kurz ein paar vorstellen möchte, die ich persönlich als sehr cool empfinde. Feature Nummer 1 wäre der Samsung DeX Modus. Was ist Samsung DeX? Samsung DeX ist eine Art Desktop-Modus für Tablets. Da kann man quasi die Benachrichtigungsleiste runterziehen, den Samsung DeX Modus auswählen, dann startet er das Tablet neu in der sogenannten Samsung DeX Oberfläche. Das ist vergleichbar mit Windows und ist dafür optimiert, dass man es mit Maus und Tastatur bedienen kann. Das ist sehr interessant für die, die eben nur das Tablet nutzen und es auch mal am Bildschirmarbeitsplatz nutzen wollen. Hierbei ist auch hilfreich ein zweites Feature und zwar der USB Typ 3.2 Anschluss, denn der ermöglicht es uns, dass wir USB-C Docs bzw. USB-C Monitore am Tablet anschließen können. In der Praxis heißt das, dass ich jetzt zum Beispiel einen Monitor habe hinter mir, der hat einen USB-C Anschluss, mit dem ich ihn normalerweise mit meinem Notebook verbinde. Ich kann ihn allerdings auch mit meinem Tablet verbinden und dann wird mir quasi der Monitor als zweites Display einfach nochmal angezeigt. Den kann ich entweder spiegeln, also dass ich quasi das, was ich auf dem Tablet mache, auch auf dem Monitor angezeigt bekomme. Ich kann allerdings auch den Samsung DeX Modus auswählen und kann quasi so mit zwei Monitoren gleichzeitig arbeite. Und außerdem ist auch ziemlich cool, dass da mein Monitor ein USB-C Doc hat, auch gleichzeitig meine Maus, mein Drucker und meine Tastatur angeschlossen sind. Richtig cool, dass Samsung sowas in dem Tablet verbaut hat. Ein weiteres Feature, das ich euch noch kurz vorstellen möchte, weil ich es persönlich ziemlich witzig finde, ist das Feature Wireless Screen. Wie der Name schon sagt, kann man das Tablet nämlich auch als einen weiteren Monitor für Computer oder Notebook verwenden. Hierzu verbindet man es via Bluetooth mit dem Laptop, versetzt es eben in den Modus Wireless Screen. Und dann hat man quasi wie einen weiteren Monitor, den man normal via Kabel am Notebook anschließt. Einen kleinen Haken hat die Geschichte allerdings schon, denn man hat immer so einen kleinen Input-Lag, wie man es vielleicht von Bluetooth-Kopfhörern kennt. Das heißt, wenn man die Maus bewegt, dann dauert es einen ganz kurzen Moment, bis es eben auch an dem Display ankommt. Dementsprechend eignet es sich weniger für Gaming, aber dafür eignet es sich zum Anzeigen statischer Texte wie PDFs oder Bücher, die man einfach so noch auf einem zusätzlichen kleinen Monitor anzeigen lassen kann. Abschließend fasse ich die Vor- und Nachteile des Tablets nochmal kurz für euch zusammen. Zu den Vorteilen gehören definitiv das große, scharfe Display, das es sowohl von der Konkurrenz als auch vom kleineren Tab SX Lite abgrenzt. Das ist sehr schön, um darauf zu arbeiten und ich möchte es inzwischen eigentlich für die Uni nicht mehr missen. Außerdem ein Riesenvorteil ist die bombastische Akkulaufzeit. Jeder, der sich daran gewöhnt hat, möchte bestimmt nicht mehr auf ein Gerät mit wenig Akkulaufzeit wechseln. Dann für viele Leute der Kaufgrund ist dann definitiv der S-Pen und das präzise und gute Schreibgefühl auf dem Tablet. Außerdem ein für mich sehr wichtiger Vorteil ist, dass man den Speicher via MicroSD-Karte bis zu einem Terabyte erweitern kann. Der USB 3.2 Anschluss gehört auch zu einem der Features, die ich persönlich sehr gerne nutze. Jedoch ist es für die meisten wahrscheinlich eher irrelevant, denn wie viele Leute betreiben denn das Tablet schon mit einem externen Monitor? Und außerdem möchte ich auch nochmal die sehr guten Lautsprecher erwähnen und dass es vier Jahre Sicherheitsupdates gibt, denn manche Hersteller geben wahrscheinlich sogar noch weniger Sicherheitsupdates. Die Nachteilen werden in meinen Augen davon angeführt, dass das Tablet einfach keinen Kamerablitz hat. Ich persönlich finde das wie gesagt ziemlich undurchdacht, denn wenn man damit auch mal am Abend am Schreibtisch was scannen möchte, dann ist es einfach doof, dass man keinen Blitz hat. Weiterhin vermisse ich auch ein bisschen ein 120 Hertz Display. Ich nutze zwar 120 Hertz aktuell noch nicht im Alltag, allerdings gibt es inzwischen auch Geräte unter 500 Euro, die 120 Hertz haben. Und das Schreibgefühl ist dadurch höchstwahrscheinlich nochmal deutlich besser. Außerdem als einen großen Nachteil empfinde ich es, dass mein Tab S7 FE im unteren Bereich eben Ungenauigkeiten aufweist. Wie gesagt, ich habe euch da im Review schon mal ein paar Bilder gezeigt. Allerdings könnte es sein, dass sich dieser Nachteil durch ein Ersatzgerät relativiert. Und außerdem ist auch noch eine Sache, die mich etwas unsicher stimmt, der kleine Arbeitsspeicher mit 4 GB. Aktuell läuft das Gerät flüssig, aber wie schaut es denn in 3-4 Jahren aus? Das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, aber mit 6 GB Arbeitsspeicher wären wir definitiv zukunftssicherer unterwegs gewesen. Zuallerletzt komme ich noch zur wichtigsten Frage aller Fragen und zwar, werde ich das Samsung Galaxy Tab S7 FE behalten? Und die Antwort ist vielleicht etwas unbefriedigend, aber heißt vielleicht. Denn ich finde das Tab S7 FE ist ein sehr gutes Tablet, speziell für den Preis. Ich persönlich finde das große Display mit 12,4 Zoll viel viel besser als das ja eigentlich auch schon recht große Display vom Tab S6 Lite. Aber ich finde speziell im Multitasking ist es einfach nochmal deutlich besser und ich schreibe viel lieber auf dem großen Display. Allerdings würde ich es davon abhängig machen, wie weit mein Ersatzgerät dann funktioniert beim Schreiben. Denn es nervt mich schon, dass im unteren Bereich die 2-3 cm eben das Schreiben in manchen Bereichen, also der Stift in manchen Bereichen abdriftet und finde das ist nicht in Ordnung. Und dementsprechend werde ich euch auch auf dem Laufenden halten, ob dann mein Ersatzgerät ordnungsgemäß funktioniert. Und meine finale Entscheidung werde ich euch dann im Vergleichsvideo zum Galaxy Tab S6 Lite verkünden. Das war's, vielen Dank fürs Zuschauen, Link in der Videobeschreibung und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!